Reden wir mal über digitale Kompetenzen. Klingt sperrig? Ist es eigentlich gar nicht. Kompetenzen sind Fähigkeiten, die dich im Berufsleben weiterbringen. Je kompetenter du bist, umso einfacher findest du einen Job. Oder kriegst mehr Gehalt. Und was ist mit digital? Wenn du nach 1999 geboren bist, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du nicht verstehst, warum alle so einen Aufstand um dieses Wort machen. Genauso wie du nicht weißt, was ein Faxgerät ist. Was man hiermit macht und wo hier die SIM-Karte reinkommt. Diese analogen Gegenstände wurden nach und nach durch digitale Lösungen ersetzt. Und du bist heute ganz selbstverständlich in der digitalen Welt unterwegs. Das Problem ist, nur weil du 100 Flammen auf Snapchat mit deinem Kumpel hast, kann man noch lange nicht von digitalen Kompetenzen sprechen. Zumindest wird das dein Arbeitgeber so sehen. Digitale Kompetenzen im Berufsleben sind zum Beispiel Basiskenntnisse der Computerprogrammierung im Handwerk. Der Umgang mit dem Computer im Büro, im sozialen Bereich oder im kaufmännischen. Tatsache ist, ebenso wie dein Großvater sich WhatsApp draufschaffen muss, musst du dir digitale Kompetenzen aneignen, um in der Berufswelt erfolgreich zu sein. Wir helfen dabei. Joblinge